Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Chaos. Heute wieder mit dabei ist Steve. Ich baue da noch ein bisschen ab. Warte, da unten bist du. Aha, ich seh dich. Du musst nach links schauen. Schöne dich nicht. Nach links? Sehr genau. Servus. Ja, du hast einfach die Häuser von den NPCs gestanzt und dann einzog. Und dann drum herum gebaut, ja. Geile Idee. Ich baue da mal die ganze Insel ab. Oder ich werde den ganzen Cube da. Ich wollte meine Base ein bisschen ausbauen. Hey, bist du da runter gegangen? Was? Bist du da runter gegangen? Ja. Ja, ich baue da gerade ein bisschen Erde ab, weil ich keine Ahnung habe. Ich war da drüben in der Glasding da drin, wo man alles abbauen kann. Ah, cool. Da drin habe ich mir Erde geholt und Holz und alles was man hat. Cool. Also da unterhalb drinnen in der Insel ist auf jeden Fall nichts wirklich wertvolles. Da wo du jetzt bist, ne? Mhm. Weiß nix nicht. Wissli Gold, bisschen Kohle. Ah, das war's schon. Also von Gold brauchst du mir eigentlich gar nicht. Und du bist da fleischiger am Ausbauen. Ja, ja. Wenn meine Insel wird gegrößert. Mhm. Mir fehlt es halt momentan noch an Essen. Ja, das ist das gleiche, wo wir immobilieren, klar. Wow. Ich hätte ja gerade eine Kiste angefunden mit Lederrüstung. Das ist... Lederrüstung habe ich ja auch genug. Das ist echt legendär. Du im Bett? Ja, am Spawn habe ich uns hingebaut, aber ich glaube ich habe mir noch nie eingelegt. Dann leg dich jetzt mal rein. Damit wieder Tag wird durch das Monster spawnen. Weil du hast ja wahrscheinlich keine Fackeln da oben, oder? Ja doch, aber ich habe es noch nicht hingebaut. Ich liege schon im Bett. Ich warte jetzt. Und jo, warte. Ich baue da einfach mal Kisten mitten in die Bampe hin und du meine ganze Idel deine. Ja gut, dass du Couplestone brauchst und es schafft es gar nicht zum Bett zu kommen. Und ich liege drinnen. Die Melonen sind gut angewachsen. Warst du schon auf einer Insel hier bei mir? Bei dir war ich noch nicht, ne? Nein, in die Richtung wo ich bin. Nein, eigentlich auch nicht. Cool. Ich mache jetzt nochmal voll verschwenderisch mit einer Kohle ein Eisen. Mach mal, habe ich auch gemacht. Cool. Weil Kohle gibt es ja da an dem Server am Mars. Echt? Ja, ich finde schön. Ich habe gar keine Kohle, so wirklich. Nicht? Ne, viel zu viel. Ich gehe immer umsiedeln. Ja, ohne Sonne. Ja genau, bau dir erstmal die Insel. Mhm. Oder gehst du bei mir mit auf die Insel? Kannst du auch machen. Ne, ich glaube ich mache sogar da eigene. Ich sehe das gerne in dir. Also wenn ich gut ausbaue, dann schloss mich und zusammen. Mach mal eine große Insel. Mhm. Mhm. Ich glaube da vorne ja immer. Immer Spezialisten die hier runterhüpfen, deswegen brauche ich hier lieber mal Zäune hin. Immer. Immer. Weil Leute da waren keine Zäune. So, ja ja. Ja. Ich schau einfach wo du bist. Wo bist du? An mir auf der Insel noch. Ah ja genau. Mit Leder bist du ziemlich gut getarnt. Ja genau, ich lauf jetzt hier nur noch getarnt rum. Mhm. Die Truhen die bauen wir dann ab, ge? Nicht dass dann jemand anderes drauf hinläuft und die Truhe noch einsammeln will. Joa, ich bade ja immer auf. Joa. Braucht mir ja eigentlich ja. Ja, ich habe eigentlich genug Truhen. Ich brauche erstmal keine. Ist okay. Ich habe 5 Dias schon. Ich brauche eben noch gar nicht. Echt? Ne. Aber ich werde jetzt mal wieder auf den Ex-In gesteunt. Mit Nacht. Entschuldigung. Okay. Boah, bis jetzt kann man ja nicht. Boah, bis jetzt kann man ja nicht. Ich bin schon bei deinem Bett. Bin ich schon, ja. Ich bin schon nicht. Boah, ich bin schon nicht. Boah, ich bin gerade noch Iron Up. So, ich liege im Bett. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt euch einen Daumen nach oben. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns doch einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.